auf zur nächsten runde könnte der video titel sein hier für diesen beitrag denn wir sind nach dem feiertag wieder on track und der markt zeigt sich auch wenn wir hier im dax sehen durch ein minus gab erstmal ein bisschen gebeutelt aber wieder zurück auf alter stärker also wir haben unsere alten jüngsten hochs die wir so in den letzten tagen hier hatten wir sehen dass hier noch so ein bisschen wieder erreicht und damit ist eigentlich unsere jahres nicht nein nicht die jahres hochmarke die sowieso sondern unsere allzeit hochmarke wieder in rufweite wir sind ja immer noch in dieser zone zwischen diesen beiden bereichen und können damit rechnen dass wir hier dann auch das allzeit hoch tatsächlich nach oben noch mal rausnehmen es sieht also gut aus und der aktuelle schub den wir gesehen haben der spricht natürlich wieder bände das ist genau das was wir immer wieder ansprechen das gibt es im größeren bild auf stunde schub hoch abc runter wenn wir sowas nachher hier noch kriegen vielleicht heute im laufe des tages vielleicht auch erst morgen aber nachdem wir hier irgendwie so eine bewegung haben die etwa so aussieht und dann macht er sowas hey das lockt doch förmlich nach einer fortsetzung nach oben und endlich hätten wir dann die chance dass wir nach oben dann raus wandern und dann spricht dann auch dieses hoch endlich rausnehmen und dann naja eigentlich wenn wir diese zone hier tatsächlich verlassen das ist nicht gesagt dass das allzeit hoch dann automatisch uns aus dieser zone raus bringen denn das geht noch hoch bis ungefähr 13.700 in etwa zumindest für den index dann wäre aber die nächste marke irgendwo vielleicht bei 14.100 also das ist zumindest mal dann etwas was wir uns dann vormerken müssen dann wäre auf jeden fall erst noch mal platz bei der jones ist es grundsätzlich ähnlich wenn wir uns das mal angucken hier beim dow jones future beispielsweise dann sehen wir hier auf stundenbasis immer noch dieses hängende na dezent nach unten fallende flaggenmuster sozusagen diese korrektur man kann das auch sich mal so ein bisschen eingrenzen hier so im trendkanal dann sieht man schon wohin die reise geht die steilen bewegungen alle eben deutlich nach oben wir sehen das hier auf vertag ist nein im jeden fall vier stundenbasis die bewegung hier hoch dann diese nach diesem runter gewackele dann jetzt tatsächlich die fortsetzung nach oben und auch intraday wenn man hier so fünf minuten chart guckt sieht es schwer danach aus als ob die starken bewegungen hochlaufen und die schwachen bewegungen eben runter das ist ebenfalls ein zeichen dafür dass das mit der bullenseite noch längst nicht zu ende ist und beim dow jones index haben wir noch den die zone ganz grob um die was haben wir um die fünf quatsch und 30.000 sind schon eine zahl gesagt unten die 30.000 hier auf dem plan wir sehen dass wir bis dahin eigentlich relativ wenig da haben es geht ungefähr los bei 29.600 aber in etwa in diesem bereich ist zumindest mal damit zu rechnen nachdem wir hier vorne ja schon die marken längst hinter uns gelassen haben also bullische stimmung an den märkten können wir damit rechnen dass es jetzt hoch geht ja im moment sieht das so aus als ob alles weiter für die bullische seite spricht es gibt noch nicht wirklich viel dagegen der nasdaq hat hier sogar hier seine letzten marken hier schon das letzte zwischenhoch hier auch wenn das sehr weit oben ist schon getriggert trotz alledem nicht jetzt in panik geraten wenn der kurs mal runter kommt das wäre durchaus zu erwarten damit müssen wir rechnen aber solange das korrektiv eben passiert ist alles super und im gegenteil sogar noch eine bestätigung der aufwärts richtung also da ist der glaube für die bullen immer noch überwiegend und dürften wir daran festhalten was ich im moment ganz spannend finde für die fortgeschrittenen unter uns ist vielleicht das was wir beim gold kurs sehen da sind wir nach dem hochpunkt über der 1600er marke sehr impulsiv nach unten gekommen ich habe das hier im 30 minuten chart und dann haben wir eine abc hoch aber zu niedrig für meinen geschmack ich habe es ja immer wieder angesprochen die 38er marke es geht schon aber es ist eigentlich eine stufe zu niedrig also abc nach oben anschließend abc nach unten und jetzt wieder abc nach oben der profi wird möglicherweise sagen ist das nicht ein double sideways das ist eine bestimmte korrektur formation die ein bisschen strange ist weil dieser punkt hier sogar tiefer liegt als der startpunkt wer das jetzt alles noch nicht gehört hat der ist eingeladen zum beispiel bei trade to go mitzumachen dort erklären wir genau solche phänomene wie man sie erkennen kann wie man sie ausnutzen kann wie man daraus dann die nächste bewegung eben ableiten kann also dementsprechend auf den link hierbei mal klicken und dann gibt es da mit sicherheit mehr informationen dazu einfach mal ausprobieren und nutzen so und nachdem wir jetzt hier mit dieser abc möglicherweise zu ende sind sieht es jetzt extrem aus als ob wir das was wir hier vorne haben noch mal bekommen also als ob diese bewegung jetzt als nächstes noch mal hier nach unten anstünde und wir dürfen nicht vergessen wenn wir sowas bekämen das wäre im zuge dieser gesamthaften bewegung ja wirklich nichts dramatisches wo man sagen muss oh gott oh gott das darf nicht sein nein das seinerseits würde uns wieder irgendwo in die bereiche um die 61 8er fibonacci marke bringen die ja typisch für ein rücksetzer niveau ist also in wirklichkeit alles barbene allerdings mit blickrichtung hier beim gold aktuell eher auf die abwärtsseite ganz zum abschluss noch mal auf den euro dann sehen wir dass wir hier ebenfalls nach diesem zwischenhoch was wir hatten wunderschön fünf feller 1 2 3 4 5 hatten jetzt sieht es nach einer abc hier aus dementsprechend kann ich mir extrem gut vorstellen vielleicht gucken uns das mal machen wir das mal hier auf stundenbasis hier parallel dann könnte ich mir extrem gut vorstellen dass wenn wir das letzte zwischentief hier triggern sogar die abwärtsseite sich noch mal fortsetzt also hier nach unten das ist nicht gesagt dass das wirklich dann in einem massiven umfang dann passiert weil das vor oder das übergeordnete bild nicht ganz so klar ist aber die chancen sind nicht so schlecht dass der markt vielleicht sogar so was hier noch mal nach hier unten fortsetzt ich krieg's gar nicht richtig gezeichnet mit der gleichen länge aber die fantasie reicht dann aus notfalls mit zeigefinger und daumen selber mal ausprobieren so in diesem sende wünsche ich jetzt erstmal alles gute toll 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 für heute nachrichten können wir noch mal eben gucken wir sind ja schon in fortgeschrittener stunde das heißt wir haben heute eigentlich nichts auf dem plan wir hatten heute ja schon hier aus der schweiz die ein oder andere nachricht präsident trump beispielsweise wir hatten heute morgen den cdw economics sentiment der ist deutlich besser ausgefallen als angenommen und dementsprechend ja auch die ganz gute stimmung die wir da jetzt am markt gesehen haben also auch für deutschland haben wir hier die situation sehr sehr viel besser und damit eigentlich gute voraussetzungen weiter steigende notierung in diesem sinne drücke ich die daumen dass alles gut geht wer will guckt sich auch noch den trade des tages an den wir regelmäßig veröffentlichen mit einer trading idee und noch mal der hinweis auf trade to go wer es noch nicht hat